Okay, das nächste Gerücht ist von Roxy.lo Dass du schwul warst, also das Gerücht ist, dass ich schwul war Ey, oh Leute, willkommen zu diesem weiteren Chill-Vlog Heute ist mal wieder ein chilliger Vlog, Leute, ich sitze hier auf dem Hazelsack Kurz vorweg, meine Freunde, auf dem Instagram-Account von mir, at das HeyMorris werde ich jetzt immer Bilder reposten von eurem Lightning-Merch Das heißt, wenn ihr euch Lightning-Merch gekauft habt, ladet auf jeden Fall Bilder auf Instagram hoch Dann poste ich sie in meine Story oder auf den Account 1000-Follower-Boost ist auf jeden Fall garantiert Ich werde auf jeden Fall alle Leute, die HeyMorris Lightning markieren und das posten, reposten Also Leute, geht jetzt auf Hälscher.de durch den besten, sexiesten Lightning-Merch im Bett Seid ein Blitz Und los geht's mit dem Video Und mit dabei ist Flash! Leider Mann, komm her! Wuuuh, juu, ja! Und zwar geht es um ein wunderschönes Thema Und zwar Gerüchte um mich Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Gerüchte über mich habt Oder welche kennt oder selber uns erfunden habt ihr Also mein Gerücht über Flirt ist auf jeden Fall, dass er stinkt Kein Gerücht Ich habe auf jeden Fall viele Einsendungen bekommen Ich habe jetzt hier mal ein paar zusammengedienst Okay, die erste ist auf jeden Fall von AlinaXVI Und zwar, dass ich zu faul bin, eine Küche zu haben Leute, ich wohne seit dieser Wohnung, glaube ich, seit einem halben Jahr oder etwas länger Und ich habe immer noch keine Küche Aber sie ist endlich bestellt, Leute Sie ist auf jeden Fall bald da Ich glaube, in ein, zwei Wochen dürfte sie kommen Das heißt, es kommen auch geile Kochvideos dann Wenn ich das kann Also dieses Gerücht ist auf jeden Fall halbwegs wahr, AlinaXVI Roxy.lo schreibt, dass ich adoptiert bin Ja! Dieses Gerücht kann ich jetzt nicht bestätigen Aber auch leider nicht ablehnen Deswegen muss ich sagen Ruf mir meine Mom mal an Ach Gott, das wird so dumm Hey Son Ich bin gerade essen Hallo Ma Ein Zuschauer hat geschrieben, dass ich adoptiert bin Stimmt das? Ja Nice, gut zu wissen Ciao Ciao Okay, das Gerücht scheint zu stimmen What the fuck? Okay, das nächste Gerücht ist von Roxy.lo Auch von dem gleich Dass du schwul warst Also das Gerücht ist, dass ich schwul war Leute, ich frage mich gerade mal so Wie kann man denn schwul war sein Und dann auf einmal nicht mehr gewesen sein Also, dass ich schwul war, macht irgendwie keinen Sinn Abgesehen davon bin ich nicht schwul Ich habe aber auch nichts gegen Schwule Also, ähm, ja, dazu eigentlich nur Okay, die nächste Frage ist von Moritz1591 Und der schreibt Du riechst nach Blitz Dieses Gerücht finde ich sogar richtig gut Also, ich würde sagen Ja, äh, das stimmt tatsächlich Okay, FanfictionXDreams schreibt Dass du und Luis Zelda-Geschwister seid Ich glaube, äh, Zelda und ich sehen auf jeden Fall etwas anders aus Ähm, außer wir sind adoptiert, scheiße Ja Äh, nee, ich glaube, dieses Gerücht ist auch falsch Wir sehen irgendwie nicht so gleich aus So von den Nasen her und so Okay, René Tenbrink Dass du nach den Malediven fliegst Das ist, äh, wunderschöner Satzbau Leute, dieses Gerücht ist halbwegs wahr In einer Woche geht es mega ab, Leute Wir haben einen ultra kranken Urlaub gebucht Also, das ist wirklich, puh, next level shit Ich muss dafür einmal um die halbe Welt fliegen Also, das wird ein ewiger Flug Wer weiß, ob es Malediven ist Oder auch was anderes ist Man weiß ja nie Schreibt auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was das sein könnte, Leute Es wird auf jeden Fall mega Hammer Wir haben mal wieder so eine ultra nice Villa und sowas Aber ich will nicht zu viel spoilern Lauf, Ratte, lauf, lauf! Ja, Leute, auf jeden Fall wird das Hammer Hoffentlich hat euch dieses kleine Chill-Video gefallen Ich hab die letzte Zeit wirklich heftig durchgezogen Zehn Minuten Videos every day Das Softair-Video ist auf jeden Fall Hammer 24 Stunden im Schwimmbad Einfach auch schon eine halbe Million Aufrufe, Alter, what the fuck Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Support, Leute Geht auf Hatschipfondio durch den besten, nächstesten Lightning-Masch der Welt Seid alle Blöds, meine Freunde, nicht vergessen Ich reposte eure Bilder in meiner Instagram-Story Und auf dem Account Also, meine Freunde, macht's auf jeden Fall Geht auf Hatschipfondio und ich würde sagen, haut rein Und tschau! Ich hab die Base auf Hatschipfondio und ich würde sagen, haut rein Outro